Das kommt sich zusammen. Wir haben den See zu treu gehabt und haben sich spezielle Mittel und Ressourcen gegeben. Mehr wie es gibt, gesellschaftliche Menschen, die sich fast nach sieben. Und die meisten haben sich nicht mehr. Der Rebbe stellt sich die Möglichkeit, dass das, was immer mehr wie ein Stammermensch, der Schlagel von Juchoda, der sicher davon getrunken wird und sagt, was sehr gut für den Rabbin, für den ganzen jüdischen Volk, wo der Pfarrer sich rechtet, wie die Gemöre sagt, der Rebbe Mechabed Aschiri, der, was von Jasser gewährt und von Sadr gewährt, die tägliche Valper, was erhebt, so kommt von der Schichter. Sie hat eine spezielle Zutruhe, zu dem, was der Rebbe stellt, was sie umvertreut, mit Gasschmissdicken Möglichkeiten. Und erhebt sie an, wie bald an der Rebbe stellt, hat sie sehr Zutruhe. Und gibt sie spezielle Geschleuner und Fähigkeiten. Und gibt sie echt die Möglichkeit, aber durch seine Seele, bei Schlüssen, Seele Achlottes, bis sie bei mir lohnen, in der Pfosten muss. Ist eine sichere Sache, der Rebbe, was du gewollt hast, die sie soll noch mehr erheben werden. Durch das, wo sie bleiben, nicht nur bei Achlottes, bei der Schlüssen allein, sondern sie bringen die Rebbe, die in der Schlüssen, bei Peel, und noch in den Merren, in den Nefmann, in dem Jero und in der Jassu. Sie werden die Lebedeck ein Beispiel, für die Menschen, die in der Rumsich. Allachos kam über Kamerfa die, die, die mit sich zu tun, in geschäftliche Sachen. Und wir besetzten die, die mit seinen zusammen in demselben Geschäft schützen, haben sie echt nach Kir'u hartdats. Und lernen nur nur drinnen von dem zweiten, in alle guten Sachen, was sie erkunden, noch mehr zugeben müssen. durch den Beispiel von seinem Schuttef oder von dem Schuttef. Und man sieht, sie klebten sich zusammen in der Zyborg-Gordel und in der Kohle-Gordel, also wenn mehrere Schuttef in jeder gute Sache, setten sie sich bei Pehl. Aber die Sache hört mehr als Sloche und befreit nach dem Motiv, und man sieht, wie steht in Teiro, hat der Ebeschter Sett, ein Enkelkabir legimos, also haben sich zusammengekleben, ein starker Kohl, mehrere Jäden, und sie alle zusammen sind geklemmen zu derselben Hachlotze, also in dem und der die und die gute Sache dürfen die Stützen mit der größten Möglichkeit. Und das ist sicherlich, dass sie finden, dass sie noch durch befehlten, und das ist sicherlich, dass sie auch durch, wenn sie so klapieren, in der Gashmizdik gesagt haben, dass ich mir, wenn ich eine große Ritze von Massagien, beschasse mit Sett, aber es wird nicht mehr gewöhnt in der Piole-Tever. Und das Guffe geht zu, die Hesche-Gordel, die starken Rotzen, aber es war ein Ton noch zweimal sehr viel, und ich schreibe noch, als er tut zweimal sehr viel und sieht, es war sehr, es war eine gute Sache, er hat zu getan, aber genügend er sich nicht mit seinen Degerechnungen in dem Tag oder in dem Show und will tun zweimal, zweimal sehr viel, wie gerät mehrere Mal. Und es ist selbstverständlich, aber der Ebeschter bleibt nicht fast wie schon im Kibalkhe, sondern er hat einen guten Geschäftsmann. Es gibt etwas von sich allein und davon sagt man, dass es ein Geschäftsleid, das eine von den Prinzipien der Säden ist, dass es Geld sagt, was man mit dem Aftir hat, zweitens, wie es so sein soll. Es ist ein geschriebenes Papier oder nicht ein geschriebenes Papier. Es ist ein bisschen wie die Bure und weiß, dass es ein Dibur von einem Menschen von Zutreu ist. Jedes Punkt wird darauf zugesagt, um Aftir zu werden. Es ist eine sichere Sache, dass es tut es und danach bleibt es gleich bezahlt wie jede gute Sache. Es hat sich der Ewigsteil eingeordnet in der Welt, das sov, sov. Es hat sich mit den Tüten gut gesagt, dass es ein paar Möglichkeiten, weil der Zutreu ist, dass es das ein paar Gelegenheiten gibt, das es ein paar Gelegenheiten gibt. Aber es ist ein paar Gelegenheiten, dass es ein paar Gelegenheiten gibt. Und das geht zu jedem und allen Gelegenheiten. Ich sage, dass sie sich zusammenkleiden, dass sie sich zusammenkleiden wollen, dass sie sich zusammenkleiden sollen, wenn sie sich zusammenkleiden sollen, weil sie sich nicht nur sie und die eigene Schüfte finden. Da fahre Tewe für alle Jeden, bis für den ganzen idischen Volk und nicht nutze das, wie gesagt, nicht da fahre was mit den Mannen, dass man sie, nur sie alle schlagen sich an und was noch mehr, wir machen nicht mit sich allein, nur wir sollten mal spiel sein, einwirken auf alle Jeden, aber sie laufen sich an der criz und auf alle Jeden auf alle Jeden, weil sie dann mit Mitzwonder sind und sehr nah auf alle Jeden auf alle Jeden sein, Ein Punkt ist, dass wir ein Schleiches einwirken. Auf jeder Reden in Idigkeit hat man ein Schleiches von dem Möbelchen gegeben, wie es durch Möbelchen gibt, wie der Rambam schreibt, einwirken. Die Bekonti und die gute Freundschaft sind nicht in der Seele und Echit. Es nutzen sehr Möglichkeiten und sehr Fähigkeiten, und machen gut, warum sie sich in allen Unionen schlussdokkow, und das macht die ganze Möglichkeit und die ganze Zwiebel und die ganze Konti, die ganze Land, für ein Land, wo sie es reu ist. Der Räbisch soll auf der Ruh sagen, aber auch so lieben mich, das ist dort, wo man will, für den Räbischen Händigkeiten. Nun zieht das die Händigkeit in Binyonen oder die Händigkeit in Geschäften, oder die Händigkeit, was man nennt von Geschäften, und man gibt auch Kohl-Pony, Meister oder noch mehr Chemisch. Auf der Ruh sagen, was das hier war, das ist ja so ziemlich cool. Ich mach euch zu der Ruh sagen, über die Händigkeit in